Ist es wegen der Feiertage? Nein, deswegen nicht. Wieso hast du dich dann entschieden, heute herzukommen? Ich versuche meinen Verstand in Ordnung zu bringen. Howard ist ein brillanter Mann. Und er ist nicht nur der Boss, er ist ein Freund. Er hat sein Kind verloren. Und jetzt ist es ihm egal, ob er alles andere auch verliert. Es ist wohl das seltsamste, was mir je untergekommen ist. Er schreibt Briefe. An wen? Howard schreibt keine Briefe an Menschen, er schreibt an Dinge. Zeit, Liebe, Tod. Kinder schreiben Briefe an den Weihnachtsmann, deswegen sind sie nicht verrückt. Nein, das ist therapeutisch. Du wirst mich für verrückt halten, aber ich führe Gespräche. Der Tod kam zuerst, sie setzte sich im Park zu mir. Und dir gefällt es auch, ich bin sicher. Der Tod ist eine Sie. Stell dir vor, der Tod ist eine ältere, weiße Dame. Erinnerst du dich an mich? Ich bin die Zeit. Howard? Du hast mir geschrieben, weil du mich brauchst. Howard? Frag sie. Mach schon. Frag sie, ob sie mich sieht. Genau hier hat er gesessen. Und ist einfach so aufgekreuzt, oder? Ich bin die Liebe. Ich bin alles, was zählt im Leben. Es geht bald etwas mit dir vor. Howard? Ich weiß nicht, was wir machen können, um dich zurückzuholen. Was wäre, wenn Liebe, Zeit und Tod versuchen würden, dir zu helfen? Du musst mit ihnen reden, Howard. Fordere sie heraus. Lass dich auf sie ein. Liebe ist alles, was zählt. Ich hab dich gespürt, jeden Tag, wenn sie lachte. Und du hast mir das Herz gebrochen. Ich war in ihrem Lachen, aber genauso bin ich jetzt auch hier in deinem Schmerz. Er wendet sich an den Kosmos und hofft auf Antworten. Achte auch auf die verborgene Schönheit. Sie ist deine Verbindung zu allem, was existiert. Wenn er das akzeptiert, findet er vielleicht wieder zurück in sein Leben. Du bist doch nicht hier, um mich zu rollen. Nein, Howard. Ich möchte mit dir mit dem Zug fahren. Also nein.